Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir eine tolle Frage von dem Nutzer Sam Samo. Und zwar, machen Pressemitteilungen noch Sinn aus SEO-Sicht? Und ja, der frage ich heute nach. Und wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, dann bleib dran. Ja, Pressemitteilungen, das ist eben, ihr kennt sicher, wie es eine Pressemitteilung ist. Der Vorteil aus SEO-Sicht ist eben, eine Pressemitteilung hat immer den gleichen Text. Und es ist nicht verboten, in Anführungsstrichen, den auf viele verschiedene Presseportale zu verteilen. Es gibt auch Tools, die sowas machen. Also ich habe eben meine Pressemitteilung ein und stelle sie bei einem bestimmten Portal ein. Und das Portal streut sie automatisch auf, sagen wir mal, 80 andere Portale. Der Vorteil aus SEO-Sicht auf den ersten Blick ist natürlich, ich habe zum Beispiel dann gleich auch 80 Links von 80 unterschiedlichen Domains mit einem Wisch gemacht für 50 Euro oder 20 Euro. Ich weiß gar nicht, was es derzeit kostet. Und dementsprechend sind 80 Links. Jetzt ist die Frage, bringt sowas was? Und aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von Google ist es eben so, bringen nicht viel. 2013 hatte Google sogar mal gesagt, dass Links aus Pressemitteilungen unnatürliche Links sind, haben die in die Webmaster Guidelines aufgenommen, von wegen, dass man da eben davon Abstand nehmen sollte. Mittlerweile hat sich die Meinung ein bisschen relativiert. Es gibt ein relativ neues Video, wo eben John Müller sagt, ist auch übrigens unten verlinkt, John Müller sagt da eben, dass Google mehr oder weniger die meisten Pressemitteilungslinks ignoriert. Also weil, dass sie das nicht als, diese Links nicht als natürliche Empfehlungen ansehen, sondern eben als was, was der Webmaster oder das Unternehmen selbst macht. Dementsprechend machen die Pressemitteilungen aus SEO-Sicht keinen Sinn. Wie ist es denn sonst? Machen die denn sonst Sinn? Und der eigentliche Sinn von der Pressemitteilung ist ja, dass man Journalisten auf etwas aufmerksam macht, was im Unternehmen passiert. Wie gesagt, die Backlinks bringen nichts, aber was, wenn ihr wirklich Journalisten erreichen wollt? Da gibt es natürlich schon die Möglichkeit von Pressemitteilungen. Allerdings lesen Journalisten nicht diese Billigportale, in Anführungsstrichen, die es da eben draußen zuhauf gibt, sondern was ich so mitbekommen habe, wenn man wirklich Pressearbeit machen will, das Beste, was ihr machen könnt, ist, ihr kennt den Journalisten persönlich, habt den schon gesehen vor Ort und erkennt euch. Und dann habt ihr eine News und sagt, hey, wir haben hier was, willst du drüber schreiben? Das ist der beste Weg und das ist das, was Presse, PR-Agenturen machen. Und Pressearbeit bedeutet, wirklich die Journalisten persönlich kennen. Also nicht telefonisch, nicht per E-Mail, sondern die persönlich, möglichst auch langjährig zu kennen. Große Unternehmen arbeiten eben so, dass die eben ihre Ansprechpartner bei den bestimmten Zeitungen haben und eben dann wissen, wenn sie eine Story platzieren wollen, können sie das darüber machen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr kennt keine Journalisten und es ist auch schwierig, gibt es eine andere Möglichkeit. Eine Firma in Deutschland, die ihr sicher kennt, ist da eben zentral. Das ist die dpa, die Deutsche Presseagentur. Und die hat eben ein Portal, wo man eben Pressemitteilungen reinstellen kann. Das ist presseportal.de bzw. newsaktuell.de, ich glaube, slash OTS. Also da gibt es eben einen Service, da könnt ihr eine Pressemitteilung reinstellen. Ich weiß nicht, was es derzeit kostet, aber ich gehe, also damals waren die Kosten so um die 700 Euro pro Pressemitteilung, wo eben eine Pressemitteilung kostet 700 Euro. Die könnt ihr dann reinstellen. Aber das ist meines Wissens das einzige Portal, was wirklich auch von Journalisten genutzt wird. Wenn die eben nicht wissen, worüber können wir schreiben in bestimmten Ressorts, dann bekommen die das. Die abonnieren da auch teilweise diese Themenfeeds und so weiter. Also das ist das Ding. Das kostet relativ viel, muss man sagen. Aber dann habt ihr eben auch einen Effekt. Also besser 1 für 700 Euro als 700 für 1 Euro, so ungefähr. Da kriegt ihr wirklich dann auch die Sachen. Also hier ist dann auch kaum der SEO-Nutzen noch irgendwie relevant, sondern wirklich der journalistische Nutzen, dass ihr eben den Journalisten darauf aufmerksam machen könnt. Und dann können natürlich Backlinks daraus entstehen. Also in dem Sinne machen Pressemitteilungen schon Sinn, aber nur, wenn man um die Ecke denkt und wenn man wirklich sich darauf bezieht, dass man das in einem hochwertigen Portal macht. Und der letzte Punkt ist natürlich, ihr braucht auch eine wichtige, gute, tolle, interessante Geschichte für den Journalisten. Also nicht, euer Unternehmen hat die Umsätze um 30% gesteigert im letzten Jahr im Vergleich. Das interessiert keinen. Da wird keiner eine Story drüber schreiben, sondern schaut irgendwas, was in Sachen von Storytelling wirklich interessant ist und wo ihr sagt, das könnte in die Zeitung kommen. Und genau, da gibt es sehr viel auf unserem Blog zu dem Thema. Und ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr eben da lesen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Antwort weiterhelfen. Und wenn du noch eine Frage hast oder eben einen Kommentar, kannst du es gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer sehr drüber. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!